Heute sprechen wir darüber, wie du endlich immer komplett ohne Ablenkung lernen kannst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und die Nummer 1 Sache, die dich davon abhält, deinen Traumabiturschnitt zu erreichen, ist der Fakt, dass du dich selbst ablenkst. Du lenkst die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen ab. Und teilweise hast du noch nicht mal das Gefühl, dass du dich selbst ablenkst, sondern vielmehr, dass du abgelenkt wirst. Das heißt, Abdelkungen sind irgendwie so magisch da und du weißt nicht, was du dagegen tun sollst. Und genau das werden wir jetzt mit einer Bulletproof-Strategy wirklich, wirklich lösen. Das ist die eine Sache, die ich jedem Coaching-Teilnehmer bei uns im Traumabiturcoaching mitgebe. Und ab dem Moment funktioniert es einfach. Es funktioniert einfach. Wer sich für das Traumabiturcoaching bewerben will, natürlich wie immer der Link in der Beschreibung. Aber, ich habe so viele Jahre selbst mit Ablenkungen gekämpft. So unendlich viele Jahre. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich einfach nur die ganze Zeit in die falsche Richtung laufen will. Und ich habe die ganze Zeit versucht, mich noch mehr anzustrengen, mich nicht ablenken zu lassen. Und ich hatte so viel Willenskraft, glaubst du mir funktioniert, so viel Willenkraft, so viel Disziplin. Ich wollte mein Ziel so sehr erreichen. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Fühlt sich das irgendwie für dich bekannt an? Fühlt sich das irgendwie für dich bekannt an? Genau. Und jetzt gebe ich euch den einen Weg mit, wie ihr es schafft, nie wieder abgelenkt zu sein. Und zwar anstatt ständig, anstatt ständig zu versuchen, und dafür zahlen Leute vierstellige Beträge, deswegen bitte aufpassen. Anstatt ständig zu versuchen, sich noch mehr anzustrengen, nicht abgelenkt zu sein, ist das Entscheidende, dass du von vornherein dafür sorgst, dass du nicht abgelenkt wirst. Und die Einfachheit, die in dieser Sache liegt, zeigt auch, wie unfassbar genial dieser Switch ist. Und ich habe so lange dafür gebraucht, überhaupt zu erkennen, dass es eigentlich so funktioniert. Und ich die ganze Zeit wie so ein Idiot nur in die falsche Richtung gelaufen bin. Denn, egal wie viel Willenskraft du hast, egal wie sehr du dein Ziel erreichen willst, egal was auch immer. Du wirst irgendwann müde werden. Wenn es deine Kraft gibt, die irgendwo da zieht, und du kannst so lange dagegen ziehen, wie du willst, egal ob es deine Familie ist, irgendwelche Geschwister, die in dein Zimmer kommen, dein Handy, andere Sachen, die du machen könntest. Egal wie sehr, egal wie sehr du dich bemühtest, dagegen zu ziehen, diese Kraft wird immer da sein. Versteht ihr das? Die Kraft der Ablenkung wird nicht aufhören. Dein Handy wird nicht müde, interessant zu sein. Deine Geschwister werden nicht müde, in dein Zimmer zu kommen. Andere Aktivitäten werden nicht müde, da zu sein und in jedem Moment dafür zu sorgen, dass du die Potenzial tun könntest. Die Dinge werden nicht aufhören, aber was aufhören wird, ist deine eigene Energie. Und egal wie viel Energie, auch wenn du mega viel Energie hast, dann wirst du vielleicht länger brauchen, bis sich die Ablenkung dann auch abgelenkt hat, aber sie wird dich irgendwann ablenken. Deswegen der einzige, der einzig funktionierende Weg, wie du dich nie wieder ablenken lässt, ist dafür zu sorgen, dass die Ablenkung nicht da ist. Und das ist jetzt die Challenge. Du musst für jede Ablenkung eine permanente Lösung finden. Wie ist eine permanente Lösung definiert? Eine permanente Lösung ist so definiert, dass sie unabhängig von dir und unabhängig von der Situation ist. Das bedeutet, wenn du sagst, du willst zum Beispiel nicht mehr ans Handy gehen, Handy ist ja für euch immer die größte Ablenkung, dann kannst du natürlich sagen, ich werde einfach nicht mal mit meinem Handy gehen. Ihr wisst selbst, dass es nicht funktioniert. Vielleicht mal einen Tag, vielleicht zwei, vielleicht eine Woche und dann klappst du wieder nicht. Deswegen ist die Frage, wie kannst du von vornherein permanent, also unabhängig von dir und unabhängig von der Situation, dafür sorgen, dass diese Ablenkung nicht mehr da ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Beispielsweise, dass du immer nach dem Mittagessen deinen Eltern dein Handy gibst, bis um 18 Uhr. Zum Beispiel. Du kannst dir auch so eine Blog-App holen, wie ich immer wieder empfehlen kann. Forrest für die Leute, die Apple haben, Help Me Focus für diejenigen, die Android haben. Beides natürlich nicht bezahlt, sondern wirklich Herzensempfehlungen, die ich selbst verwende und die ich auch allen Coaching-Teilnehmern weiterempfehle. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Das ist genau die Sache, die ihr braucht. Das ist genau die Sache, die ihr braucht. Weil dann werden einfach die Apps geblockt, zum Beispiel Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, was auch immer. Und du nutzt es dann nicht mehr. Du kannst nicht mehr darauf zugreifen. Das heißt, selbst wenn du die Temptation, also die, wie sagt man, ihr wisst, was Temptation auch eigentlich bedeutet. Wenn ihr die Temptation habt, ans Handy zu gehen und zu sagen, ich will draufgehen, könnt ihr gar nicht draufgehen. Das heißt, ihr geht vielleicht ans Handy, aber dann könnt ihr nichts damit machen und dann könnt ihr wieder weiterlernen. Bei euren Geschwistern, sagt denen, ja, auch die permanenten Lösungen können manchmal super einfach sein. Das ist auch die Sache, die ich im Coaching immer mehr merke. Es geht gar nicht um die schwierigen Dinge. Du musst nur die einfachen Dinge, die diese implementiert und wirklich effektiven Dinge kennen und die dann machen. Deswegen auch da, einfach ganz klar mit deinen Geschwistern reden und sagen, hey, bitte kommt zu den Zeiten nicht in mein Zimmer. Und wenn die sich nicht daran halten, musst du einfach mal eine gewisse Zeit lang standhalten und sagen, okay, ich ignoriere dich. Ich ignoriere dich, ich ignoriere dich so lange, bis die es checkt. Und dann werden sie es auch sein lassen. Und du musst dich mal dagegen ankämpfen, das irgendwie zu schaffen. Deswegen ganz klare Aufgabe an dich jetzt. Schreib dir all deine Ablenkungen auf, die dich so ganz oft vom Lernen abhängen. Das müssen mindestens so 3, 5, 7, gerne auch mal 20 sein. Und findest du jeder einzelnen Ablenkung eine ganz konkrete Sache, wo ihr dann wirklich auch merkt, okay, wenn ich das umsetze, dann wird das nicht mehr passieren. Dann kann die Sache nicht mehr ablenken. Das heißt, du schreibst dir all deine Ablenkungen auf und schreibst zu jeder Ablenkung eine ganz konkrete permanente Lösung, die du jetzt heute noch umsetzen kannst. Und sobald du das geschaffen hast, werden dich diese ganzen 20 Ablenkungen nicht mehr ablenken und du wirst per Definition dauerhaft fokussiert lernen. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaub an dich. Wir werden uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.